Herzlich willkommen zu diesem Video, wo wir uns um den Einbau von Unit-Tests in die Build-Pipeline in GitLab kümmern und uns genauer mit den Gradle-Tasks auseinandersetzen, also dass wir das Build-System ein bisschen besser verstehen. Das ist eigentlich so der wesentliche Inhalt von diesem Video. Also, dann gehen wir wieder ins IntelliJ und schauen uns das Thema Test noch mal genauer an. So, Sie sehen hier noch mal meinen Hoshi-Test aus dem letzten Video. Also einfach ein Test-Case, der das System an der Test aufruft, also in dem Fall meine AddHoshi-Methode, da irgendwas übergibt und dann guckt, ob das Ergebnis so ist, wie erwartet. Und wenn das Ergebnis so ist, wie erwartet, gibt es halt einen grünen Test-Case und ansonsten einen roten. Also, das System findet alleine raus, ob die Methode AddHoshi funktioniert oder nicht. Das muss ein Test-Case leisten, ohne Interaktion mit mir rauskriegen, ob die Methode das tut, was wir von ihr erwarten würden. So, das läuft jetzt lokal in dem IntelliJ. Was wir jetzt wollen, ist, dass dieser Test-Ablauf auch zentral durchgeführt wird. Das heißt, das, was Sie hier sehen, soll in der Build-Pipeline durchgeführt werden. Das heißt, besonders unabhängig von dieser Maschine, auf der das jetzt hier läuft und vor allem auch unabhängig von IntelliJ. Denn in der Produktions-Hardware oder auf der Build-Maschine oder auf der Akzeptanz-Test-Maschine gibt es kein IntelliJ. Da gibt es höchstens Gradle und höchstens EJ-DK, sonst gar nichts. Und soweit müssen wir kommen. Um jetzt die Testfälle auszuführen, brauchen wir ein Build-System, das dann nachher die Automatisierung in der Pipeline ausnutzen kann. Und unser Build-System ist ja Gradle. Ich habe jetzt hier mal den Dialog zu Gradle aufgemacht, hier an der Seite. Das ist seit einigen Jahren schon sehr gut in IntelliJ integriert. Und Sie sehen hier an der Seite Tasks, Build, Assemble und so weiter, Documentation, Other und so weiter. Und gerade wenn Sie frisch mit Gradle anfangen, ist das alles, finde ich zumindest, ein bisschen unübersichtlich. Und man fragt sich schon, was genau rufe ich denn jetzt eigentlich auf und was passiert eigentlich bei einem Aufruf? Warum, was soll eigentlich so ein Task? Und deswegen schauen wir ganz kurz in die Gradle-Dokumentation, um uns da ein Bild zu machen, was macht Gradle da eigentlich? Ich mache also einen Browser auf. Hier ist die Doku von Gradle, von der aktuellsten Version, denke ich. Und da ist so das Basis-Plugin dargestellt. Also das Ding, was sozusagen unterhalb von jedem weiterführenden Plugin sitzt. Also wenn Sie mit Java, Kotlin oder anderen Sprachen arbeiten wollen würden, gibt es für Java und andere Sprachen jeweils ein eigenes Plugin in Gradle. Und das Basis-Plugin strukturiert mal grob den gesamten Bildprozess. Ich blätter mal kurz durch. Und was das Gradle jetzt tut, ist, es strukturiert den Übersetzungs- und Test- und Deployment-Prozess in einzelne Tasks. Das heißt, ich kann jetzt jeden Teil des Deployment-Prozesses oder des Bildprozesses einzeln aufrufen unter einer Überschrift. Also ich gebe dann zum Beispiel auf der Konsole einen Gradle-Clean oder Gradle-Check oder Gradle-Assemble. Und dann werden jeweils Teile des Bildprozesses ausgeführt, wie Sie es hier auf der Seite auch dokumentiert sehen. Im Basis-Plugin haben wir mal eine Grundstruktur von typischen Tasks, die Sie in jedem weiterführenden Plugin auch haben. Jetzt gucken wir uns die mal an. Dann haben wir schon mal grob die wichtigsten Elemente erledigt. Also das heißt, Sie können sagen Gradle-Clean und dann löscht der im Prinzip alle aus dem Bildprozess erstellten Teilergebnisse. Also zum Beispiel in Java werden alle Java-Docs gelöscht, alle Test-Reports werden gelöscht, alle Class-Dateien werden gelöscht. Also clean, also falls Sie sich irgendwie im Bildprozess verlaufen haben, irgendwie komische Fehlermeldungen kriegen, ist immer Gradle-Clean ganz gut. Dann setzen Sie wieder auf den aktuellen Stand auf. Was Sie dann machen können, ich überspringe mal kurz ein. Wir können Assemble sagen. Assemble erzeugt deploybare Einheiten. Zum Beispiel, wenn Sie ein Java-Programm mit Gradle-Assemble übersetzen, dann kommt da eine JAR-Datei raus, die Sie auf irgendeinem Server spielen können beispielsweise. Also Assemble macht Ihnen sozusagen das Zusammensetzen, wie der Name schon sagt. Das Check ist sozusagen parallel dazu. Das macht Ihnen die Qualitätssicherung. Das heißt, unter Check sind so etwas wie Ausführungen von Unit-Tests, statische Code-Analyse und solche Dinge zusammengefasst. Und die bindende Klammer um alles ist Bild. Das ist vielleicht ganz interessant noch. Bei Bild steht, also der macht sozusagen, damit er funktioniert, Check und Assemble. Das heißt, wenn Sie sagen Gradle-Bild, wird automatisch Check und Assemble mit ausgeführt, weil Bild sozusagen der zusammenfassende Task ist. Also das heißt, Sie haben im Grunde so eine Abhängigkeitskette von den einfachen Tasks bis zu den komplexen Tasks. Und wenn Sie den komplexen Tasks ausführen, sorgt der dafür, dass automatisch die einfachen Tasks mit ausgeführt werden. So, das war so die Übersicht. Also die wichtigsten Tasks, die Sie in Gradle haben, sind Clean, alles löschen, wieder sauber aufsetzen. Assemble, also deploybare Einheiten erzeugen. Check, Qualitätssicherung ausführen. Und Bild, Gesamtprozess ausführen bis zum Ende. Jetzt ist der Java-Übersetzungsprozess noch ein bisschen spezifischer. Da sind sozusagen noch weitere Teiltasks drin. Das zeige ich Ihnen jetzt an der Grafik. Das heißt, ich wechsle jetzt auf die Dokumentation. Ich wechsle jetzt auf die Dokumentation vom Java-Plugin. Das setzt auf das Base-Plugin auf und ist dann dafür da, dass Sie mit Java-Software arbeiten können. Also Compiler-Aufruf, Java-Doc erzeugen, Unit-Tests ausführen und so weiter. Und all das ist sozusagen die Eintrittstür dazu, ist das Java-Plugin. Und auch da, wenn ich jetzt mal hier runter stelle, da kommt irgendwo eine schöne Übersicht. Die sehen Sie hier. Das ist jetzt mal eine Übersicht über die Abhängigkeiten von den Tasks in dem Java-Plugin in dem Bildprozess. Das heißt, Sie haben hier sozusagen die einfachsten Tasks, sind Compile Java und Process Resources. Also übersetzte Java-Source-Code. Also da wird der Compiler angeschmissen. Das wird zusammengefasst im Task-Classes. Also das heißt, wenn Sie den aufrufen, werden die anderen beiden mit aufgerufen. Und von da ausgehend können Sie dann zum Beispiel Java-Doc aufrufen. Sie können auch die Test-Klassen kompilieren. Sie sehen, die werden unabhängig von den Produktiv-Klassen kompiliert. Oder Sie können hier schon eine JAR-Datei aus den Erzeugten-Klassen erzeugen und die mit Assembles sozusagen lieferfähig machen. Sie können hier mit Check auch die Tests ausführen oder vielleicht noch weitere statische Code-Analyse. Und mit Bild, das macht alles zusammen. Und wie gesagt, Clean, einzeln stehend, der ist von nichts abhängig, der führt alles aus. So, und jetzt nehmen wir uns mal die Grafik und gucken mal nach, macht IntelliJ dasselbe. Das heißt, verhält sich IntelliJ mit dem Gradle-Plugin genauso, wie es auf dieser Grafik draufsteht. Machen wir das ganz kurz. Ich wechsle ins IntelliJ. So, also wenn die Grafik stimmt, dann müsste der einfachste Task, den wir ausführen können, Compile Java sein. Der ist jetzt aus irgendwelchen Gründen hier an einer Stelle, die man nicht so leicht findet. Das würden Sie auch selber nie so ausführen, aber dass Sie es gesehen haben, dass das wirklich so ist. Also ich habe hier den Task Compile Java, in der Grafik ist der so der Elementare. Das heißt, wenn ich den ausführe, dürfte nichts anderes ausgeführt werden, wäre die Hypothese. Machen wir das mal kurz. Compile Java, also ich drücke da mal drauf. Zack. Und er sagt Compile Java Up-to-Date. Also jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter in der Grafik. Jetzt machen wir mal gleich statt Classes, Jar Assemble. Also wenn wir jetzt mal sozusagen die Sachen hintereinander ausführen. Also wenn ich hier Assemble sage, dann müsst ihr Jar ausführen, Classes ausführen und die beiden ausführen. Okay. Probieren wir das aus. Das heißt, ich versetze das System jetzt wieder in einen sauberen Zustand erst mal. Ich sage hier Clean. Das heißt, jetzt wird alles gelöscht, was relevant ist. Und dann sage ich Assemble. Da, Assemble. So, und nach der Grafik müssten jetzt, ich zeige es Ihnen nochmal hier, Compile Java, Resources, Process Resources, Classes, Jar und Assemble, die müssten hintereinander ausgeführt werden. Und zwar auch in der Reihenfolge, wie Sie es hier an dem Graphen erkennen. Und siehe da, oh Wunder, genau das ist passiert. Task Compile Java, Process Resources. Da hat da keine Ressourcen da sind, ist Ihnen das wurscht. Classes, Jar Assemble. Also das, was zu zeigen war, das Bildsystem hier verhält sich genauso, wie das in der Gradle-Dokumentation steht. Wäre auch ein Wunderwindig. Aber das heißt, Sie können die Gradle-Dokumentation lesen und sich dann anschauen, wie das hier auch in IntelliJ funktioniert. Zweiter wichtiger Punkt ist, IntelliJ funktioniert auch, wenn ich jetzt hier so etwas wie ein Test-Case ausführe. Ich mache das, zeige das mal kurz. Verwendet IntelliJ dankenswerterweise. Das ist entsprechend eingestellt in den Settings. Lief automatisch bei mir. Ich weiß nicht, ob Sie da was machen müssen. Wenn Sie jetzt hier Start drücken. Jetzt habe ich ja alles gelöscht, also keine Übersetzung, Klassen sind mehr da. Und wenn ich jetzt hier Start drücke, dann führt der unter der Haube auch den gesamten Bildprozess aus. Und zwar mit Gradle. Sie sehen es hier sehr schön. Das heißt, das hier, dieses Task-Compile Java und so weiter, das hat der jetzt auch wieder alles ausgeführt. Und hier entsprechende Test. Das heißt, er hat hier meinen Unit-Test ausgeführt und sagt dann hier, dass das erfolgreich war. Und ich habe ja nur eine Test-Methode gehabt. Also auch beim Testen führt er das, macht das IntelliJ das übers Gradle. So, jetzt wissen wir, wie man das ausführt. Wie geht es jetzt weiter? Wenn wir die Test-Fälle ausgeführt haben, wäre es hier hilfreich, wenn wir uns das Ergebnis anschauen könnten. Das heißt, also irgendwie muss ja das Ausgeführende der Test-Cases Ergebnis-Dateien erzeugen. Das ist in Java der Fall. Das schauen wir uns jetzt an. Und zwar erzeugt, wenn Sie bei Gradle nichts ändern, erzeugt ja ein Bildunterverzeichnis. Das sehen Sie hier, das habe ich hier mit der Maus mal aufgeklickt. Also das heißt, wenn die Test-Fälle durchgelaufen sind und da keine Probleme aufgetreten sind, dann müssen Sie in Ihrem IntelliJ im Grunde auch das etwas Ähnliches sehen wie hier. Und der erzeugt jetzt, wenn Sie das nicht umkonfigurieren, das ist also hier wieder ein schönes Beispiel für Convention over Configuration. Also wenn Sie gar nichts angeben, macht der schon irgendwas Gescheites, folgt halt den Standard-Konventionen. Und wenn man das mal aufklickt, haben Sie hier zwei Unterverzeichnisse, in denen Sie was zu Test-Daten sehen können. Punkt 1 ist das Unterverzeichnis Reports, Tests. Müssen Sie jetzt nicht merken, ich zeige nur, dass es da ist. Die Ausgabe sehen wir an einer anderen Stelle. Wenn ich jetzt hier die Dateiindex-HTML aufmache, ich mache das mal kurz mit Open-In-Browser. Nehmen wir mal den Chrome. Chrome ist immer gut. Video ist ja auf YouTube, da muss man ja Google-Produkte verwenden. So, und jetzt sehen Sie hier, das ist so die Datei auf meiner Festplatte, Localhost Seiersilz. Und dann haben Sie hier, ein Test ist bestanden, das ist in DE-THO-VV-Studienarbeit. Und wenn wir da mal reinklicken, haben wir Reactive System Test, haben wir ausgeführt. Und das hier ist dieser Descriptive Text, den ich in meinem Testpfeil habe. Das ist der Methodename, Schutt.atoshi. Das hat er ausgeführt in relativ kurzer Zeit, weil wir auch nichts Anständiges gemacht haben. Und dann haben wir hier einen Testreport. Das heißt, und die Datei kann man natürlich jetzt mit einem Bildsystem interpretieren. Also die könnte man verwenden, das ist ein HTML-Report. Oder irgendwo reinhängen. Eine zweite Datei, die der erzeugt, ist vielleicht noch mal interessant, ist, wenn Sie hier reinschauen bei Test Results, also wenn Sie nichts umkonfigurieren, ist dieses Test-DE-THO-VV-Studienarbeit-Reactive-System-Test-XML. Da steht quasi dasselbe drin wie in der HTML-Datei, nur in XML-Syntax, so dass man es mit einem Werkzeug oder XSL-Style-Sheets vielleicht besser verarbeiten kann. So, also das heißt, das läuft jetzt lokal. Jetzt sind wir leider nicht fertig. Jetzt müssen wir das, was lokal läuft, in die Bild-Pipeline einbauen. Wie geht das jetzt? Dazu wechsle ich jetzt auf unser GitLab. Das heißt, wenn wir es jetzt in den Bild-Prozess einbauen wollen, das testen, dann müssen wir natürlich wieder die GitLab-ci.yaml-Datei anpassen. Ich mache das jetzt hier mal in GitLab direkt. Das hat immer so ein bisschen das Risiko, dass Sie dann wieder einen Pull machen müssen bei Ihrem lokalen Repository. Also man kann, wenn man jetzt hier in GitLab endet und dann wie lokal endet, man kann da gerne mal durcheinander kommen. Also wenn Sie es machen, vielleicht bietet es sich an, dass Sie in Ihrem IntelliJ das hier angleichen. Aber ich habe jetzt hier so einen Syntax-Checker für die Bild-Datei drin und das ist jetzt leichter. Ich habe das jetzt schon mal vorgenommen, weil das ein bisschen gefrickelt war. Das heißt, ich habe Ihnen die Datei natürlich auch ins Repository gepackt, beziehungsweise zeige Ihnen die ja hier ausführlich, sodass Sie es vielleicht nachprogrammieren können. Ich habe mir jetzt einen Bild-Prozess überlegt in drei Schritten. Schritt 1 ist übersetzen. Schritt 2 ist Testfälle ausführen, also Unit-Tests und statische Code-Analyse. Und der dritte Fall ist so ein Akzeptanz-Test durchführen. Also die Software würde ich mal, was ich in Docker-Container spielen und irgendwo zur Ausführung bringen. Wenn wir uns jetzt mal die Doku von den Plugins anschauen, dann bieten sich also zwei Gradle-Ziele an, nämlich Assemble. Das macht die JAR-Datei und das Check, das führt die Unit-Tests aus. Und das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich baue meinen Bild-Prozess in diesen drei Stufen auf und die erste Stufe macht das Assemble und die zweite Stufe macht das Check. Und das sehen Sie hier jetzt in der Datei. Also das heißt, diese Datei ist eigentlich so wie in dem vorherigen Video, also in dem Video zum Thema Bild-Pipeline auch. Ich habe hier also nur ein bisschen den Beschreibungstext geändert. Die Änderung hier ist jetzt, dass der jetzt auf der quasi-Konsole im Bild-Prozess ruft jetzt Gradle-Assemble auf. Das ist die erste Änderung. Das heißt, hier schmeißt er den Compiler an und erzeugt dann die JAR-Datei. Okay, und zweite Änderung, er hebt hier bei Path, bei Artifacts. Das sind ja die Sachen, die er sozusagen von dem Bild-Prozess sich merkt und auf die man später zugreifen kann. Sonst sind die Daten weg, wenn sie nicht Artifacts dran schreiben. Da hebe ich mir jetzt alles auf, was er hier mit Bild gebildet hat. Das sind ja die Sachen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Diese XML-Datei oder die HTML-Datei, die hebt er jetzt alle auf. Und damit unser System nicht vollgemüllt wird, habe ich hier noch ein Xpire in einem Tag geschrieben. Sonst wird das System zu vollgemüllt. Also die Daten hebt er auf. Der nächste Schritt ist dann, sagen wir jetzt hier, der nächste Schritt soll dann Check sein. Sehen Sie ja hier, Bild-Check-Exceptive-Test. Und der ruft jetzt Gradle-Check auf. Das heißt also da wieder, der eine Teil ist der Übersetzungsteil und das ist jetzt der Check-Teil. Ich zeige es nochmal ganz kurz in der Grafik. Das heißt, der eine Task macht jetzt dieses Assemble und erzeugt uns hier die JAR-Datei, also ein Produktiv-Code. Und der Check hier, der macht dann sozusagen die Testfälle und übersetzt die Test-Sourcen und so weiter. Jetzt haben wir das sauber getrennt. Und der Test kann aber, da ich ja dieses Artifacts mit reingeschrieben habe, auf die Ergebnisse hier aufsetzen, sodass die sich da ein bisschen Laufzeit sparen. So, und das heißt, der macht jetzt folgendes, der macht hier nur einen Check. So, jetzt kommt das Gefrickel. Jetzt, schön wäre es ja, und da hat, das haben die in Gradle, Quatsch, in GitLab irgendwann mal nachgerüstet, dass man so ein Anzeige-Dingsbums hat für Testergebnisse aus JUnit. Das heißt, was hier jetzt passiert ist, jetzt sage ich hier, ich hätte gerne einen Report. Und zwar einen mit JUnit. Und man kann auch andere Dinge einbinden, wie Kubatura beispielsweise. Und also unter Artifacts, Reports, JUnit. Und dann muss ich ihm jetzt hier nur diese XML-Datei vorwerfen, die das JUnit erzeugt hat beim Testablauf erzeugen. Das heißt, also ich erzähle jetzt dem GitLab, liebes GitLab, für eine Clicky-Bunty-Darstellung von meinem tollen Testcase. Mache bitte, interpretiere bitte die Datei, die in diesem Verzeichnis liegt, vom XML endet. Das ist dieses Test minus irgendwas. Lokal war das, habe ich Ihnen schon gezeigt, ist diese Datei hier gemeint. Nicht nur, da ich keine Lust zum Tippen hatte, habe ich da einen Stern reingebaut. Aber genau die Datei erzeugt er jetzt in seiner Bildmaschine nochmal. Und die macht er dann grafisch, stellt er dann intern grafisch schön dar. So. Und das heißt, das ist so der Testfall. Und dann unten drunter habe ich noch so einen Pseudo-Acceptanz-Test gebastelt. Das war dieser Test, den ich in den ersten Videos schon hatte. Der macht hier einfach nur das Executable-Jar startet. Der macht, also da ich jetzt an den Manifest-Dateien nichts geändert habe, führte immer noch mal ein altes Hello World aus. So, wenn das alles erfolgreich war, also wenn Sie das alles richtig abgetippt haben und Sie keinen Syntaxfehler haben, das geht gerne mal schief, wenn man da irgendwie ein Space oder sowas verkehrt drin hat oder irgendwas falsch geschrieben ist, dann müsste das auf Ihrer Bild-Pipeline so aussehen. Also ich habe sozusagen den Source-Code jetzt eingecheckt und jetzt kann ich mir hier die durchgelaufenen Unit-Tests anschauen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal, was das Ergebnis des Bild-Prozesses ist, wenn das alles so toll erfolgreich durchgelaufen ist. Das konnte ich jetzt hier nicht schwierig nachstellen. Das heißt, Sie haben hier Bild-Java-Test-Java-Acceptions-Test. Bild macht was Assemble, Test-Java macht das Check und Acceptions-Test macht ja diese Ausführung. Und jetzt gehe ich hier mal bei Bild-Java rein und Sie sehen hier irgendwo, Sie sehen hier genau den Aufruf Gradle Assemble und dann läuft der hier irgendwie durch. Das ist also dieselbe Ausgabe wie in meinem IntelliJ. Dann mache ich hier den Test-Case. Klicken wir da mal rein. Auch da wieder gleiche Ausgabe wie im IntelliJ. Hier müsste es eigentlich so sein, also hier müsste es so sein, aber vielleicht habe ich da noch was falsch gemacht, dass der hier eigentlich dieses Compile-Java und so weiter, das müsste eigentlich schon haben. Da müsste eigentlich nichts zu tun sein, weil ich mir die Daten eigentlich gerettet habe. Und da fülle ich hier das Check aus. Den letzten Schritt erspare ich Ihnen jetzt. Was jetzt noch spannend ist und deswegen habe ich das überhaupt so umständlich gemacht, ist, jetzt können Sie nämlich hier im GitLab die Test-Fälle anschauen. Das heißt, ich kann jetzt hier auf Tests klicken. Und dann hat er die XML-Datei ausgewertet, Test.java, dass wir sozusagen das Ding was ausgeführt haben. Und jetzt sehen Sie dieselben Sachen, die ich Ihnen vorher gerade auch in anderen HTML-Dateien gezeigt habe. Die Testergebnisse sehen Sie jetzt hier als Report auch in GitLab. Das heißt, alle anderen Teammitglieder können es, ohne es lokal auszuführen, sich hier schon mal die ersten Test-Resultate anschauen. Sonst kriegt man die Ergebnisse aus dem Bildprozess halt schwer rübergerettet. Denn die Alternative wäre ja, Sie machen hier in der Pipeline das Artefakt. Und dann kann man hier irgendwas downloaden. Und dann muss man sich das auf der lokalen Maschine anzeigen. Also das ist sozusagen mit anderen CI-Tools natürlich ein bisschen hübscher. Also wenn Sie jetzt in Jenkins zum Beispiel gewohnt sind, dann haben Sie gleich in der Bild-Pipeline die ganzen bunten Reports. Und das wäre natürlich ein bisschen lästig, das hier alles runterladen zu müssen. Und dass er die Unit jetzt hier ausführt, ist so ein bisschen Kompromiss, dass man so ein bisschen was anzeigen kann. Mit dem Jenkins wäre das natürlich noch ein bisschen hübscher, aber der ist halt nicht so nahtlos integriert. So, ich hoffe, das war hilfreich. Es war jetzt ein bisschen sperrig. Jetzt haben wir sozusagen zwei Themen behandelt, nämlich den Gradle-Bildprozess und dann den Einbau von dem Bildprozess in die CI-Pipeline. Das habe ich versucht zu demonstrieren. Ich hoffe, es war nützlich. Vielen Dank fürs Zusehen. Weiter geht es dann mit den Details zu reaktiven Systemen, sprich Logging-Funktionen und Konfigurationen von außen. Das wären so die Sachen, die man dann braucht, um so ein präaktives Basissystem zu haben, das man halbwegs betreiben kann. Das dann in den nächsten Videos. Vielen Dank.